Servus Leute, hier sind wir wieder bei AltsLive Hey, ich muss Reifen aufhören und dann fahrt der vor Boah, der ist jetzt schon aufgewärmt Ich glaub wir fahren jetzt so bis einfach bis da drauf die ganze Zeit so mit 20 kmh Der brauchst du vorbei mit seiner 80, den holen wir sich wieder Sagst du So, ja es ist Nacht geworden, wir haben jetzt alles verarbeitet Hoffen, dass wir einen besseren Preis geben Halt kriegen, als was da angezeigt ist Ich bin zwar nicht ganz gläubig, aber Besonders enttäuscht Wir verdienen da jetzt gerade mal um 200.000, 300.000 mehr als beim Zement und man braucht ca. fast doppelt so lange Vorher haben wir kurz eine Partie gemacht Links jetzt nachher die nächste Straße, oder? Schon, oder noch eine weiter Könnte noch geradeaus fahren Eine noch weiter, ja Äh, wir haben vorher auch, bevor halt ohne Aufnahme kurz eine Partie Zement gemacht dass wir die sich die Lizenz nachher leisten können Oh, scheiße Wir holen die einfach Das war's, ja Ja Da jetzt links, oder? Glaube ich So ungefähr Ja, so ungefähr weiß ich den Weg Glaube ich halt zu wissen Ja und wir haben halt vor einmal Und da haben wir zu zweit mit den zwei vollen Ladungen haben wir verdient 1,1 Millionen circa Und mehr werden wir jetzt halt, wir kriegen jetzt gleich 1,5 Wenn der Preis wirklich stimmt oder sowas, schätze ich, dass wir 1,5 oder was raus bekommen Halt nicht sehr, sehr viel mehr Bin ein bisschen enttäuscht Für ich Und wenn du rechnest, die Zement-Lizenz kostet 6,000 Ja, wir sind in einer Blackwater Ja, Salzhändler Äh, kostet 6,000 und die Ja, Elfenbein-Lizenz kostet 300,000 Und dann ist es illegal auch, ne, da überlegst du, ob du es magst oder nicht Weil Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist bei Zum Beispiel da, wo die Blackwater ist Da ist auf unserem Server die Söld Da sind die Söldner stationiert Uh, warte mal, scheiße, wir sind komplett falsch gefahren schon, oder? Weil da ist ja das Wasser jetzt gleich, oder? Ja Das sieht man jetzt gar nicht, wir fahren jetzt da über die Küste entlang Oh ja, warte mal Nein, scheiße, da sieht der Weg aus, wir sind falsch gefahren Wir sind falsch abwogen Zu früh schon Jetzt müssen wir nämlich alles Offroad fahren Da hinauf Und das ist der ziemlich arsch Offroad, weil da fährt man ja über den Strand Ich schaue, dass wir dort oben gleich wieder auf den Weg hinfahren Man sieht zwar jetzt eh nix, aber ich will ohne Neidwischen fahren Beziehungsweise du hast auch nur die Scheinwerfer Aha Ah, du bist ja hinter mir noch, oder? Ja, so quasi So quasi, okay Bisschen Weg, aber Ja, also ich finde es halt vom Preis her unfair Ganz einfach Da fährt man einfach so einen Weg 20 Kilometer, kannst du auch 50 mal quasi halt Zement machen Ja, es ist nicht 50, aber ich schätze, dass ich eine halbe Distanz kriege, sicher noch raus von der Zeit her Und das was auch noch ist, ist, dass ich einfach nur 6.000 für die Lizenz zahle Ja Dann lohnt sich das da tausend Lohnt sich das da mehrere 6.000 Zement zu fahren Ja Ah, fahren soll ich Warte mal, hätte man nichts hin Nein, jetzt bin ich falsch auf der falschen Die Straße ist besser, glaube ich Hoffe ich zumindest Ja Es ist halt Ich finde es ein bisschen lächerlich dann Aber das werden wir mal schauen Und ich würde dann, wenn wir wirklich nur so wenig verdienen auf den DS gehen von den Admins Und dann mal fragen, wie es ausschaut Die schauen sich zwar den Bad jetzt nachher auch an Ja Ist das die Hauptstraße da? Ja, oder? Weil dann ist es nicht gut Guck mal Ja, das ist eine Fahrstraße, das geht Wenn wir jetzt, also Ja Wenn du da runter fährst Wenn du da runter fährst Wenn du da, die Straße da jetzt rechts fahren würdest Dann würde das sein Ja, wir fahren da jetzt einfach irgendwie Ja Fahren wir einfach nach Ja Das sind die Nummer 7,5 Kilometer Ja Ich fahr da auf Staupolke nach Ich hoffe, dass irgendwann wieder die Straße kommt Äh, gleich Gib Gas Ich hoffe, du kommst da drüber Wo drüber? Da war ein Graben Aber ich bin drüber gesprungen Ja Weil wenn wir da drinnen kein Klang haben Dann wär's nimmer rausgekommen Da hätte man ihn in ÖAMTC anrufen können Halte, ja, der hat's Da ist nochmal so ein Scheiß kaputt Uh, mein Wheel ist kaputt Gelb Ich fahr langsam ein bisschen hinter mir Ich fahr jetzt noch weiter mit den gelben Wilder, weil Ich hab's, ich könnte mich zwar reparieren, aber Wenn wir da jetzt aufhören, weiterfahren halt Du bist noch, äh, weiß alles Du bist noch, äh, weiß alles Ja 7 Kilometer Ja, ich tu jetzt das Bild geschwind reparieren, weil es bringt nichts, ja keinen Sinn Ja, ich hab' da ein Ja, der Alarm in den Augen gehört da hinten So, geschwind reparieren Ich glaub' das war jetzt nach und mein letztes, was ich mit hab' Ich fahr einfach die Straße hier entlang Wo bist du jetzt eigentlich? Hinter dir Okay, ey, wir fahren jetzt eh den Weg entlang Ja Deswegen hab' ich ja gesagt, ich repariere mich da jetzt Ja Weil ich mir gedacht hab, jetzt geht's Dann wärst du ein bisschen weiter links gefahren, hätt's, äh, keine Probleme gehabt Ja, das war ein bisschen Arsch Jetzt fahr das schon wieder vor mir Ja, du holst mir doch eh wieder ein Ich brauch' nur eine Kurve Ja Fahren wir das jetzt links oder fahren wir noch geradeaus weiter? Alles geradeaus Erstmal Oder? Ja, wenn wir jetzt die Straße komplett mal Mal versuchen parallel zu halten Dann kommen wir hinter diesem Sofia da raus Dann fahr' wir hier lang Du siehst mich ja, oder? Ich seh' gar nichts Ich seh' dich, ja Ja Ja, okay Aber ich seh' auch Ja, du siehst die Rauschbader Ja, du siehst die Rauschbader Ich glaub' dass wir sogar bei Salz mehr verdient uns mit dem Ja Und wir gehen wirklich kürz Was ist der Rechtsauto? Ist das ein Autohändler, oder? Ja, Autobahn Eingang Oh, okay, okay Okay, okay Ja, wir sind jetzt kein Pürgut Ich sag' immer Pürgut Sofie einfach so Einfach so aus ins Ding Einfach so aus ins Ding Von gerade soviel durchfragen Ja Ui! Ui! Ich fordere jetzt auf die Straße wieder Nein, nein! Ich hätt' ihm fast auf die Seite geklickt Ich seh' dich da so her Ja, vor allem fahr' ich fahr' auf 5,2 Kilometer Straight grade aus Wir fahren auf der Hauptstraße jetzt, oder? Würde ich fast sagen Die 5,2 Kilometer Wir hätten uns vielleicht auch mal Dings machen sollen Was? Ja, ne Gruppe Ja Ja Kostet wieder was Ja, ein Tausender Und wir sind ganz arme Burschen Die Kurve lieb' ich da so Die kann man so geil durchfahren So schief Wenn man weiß wie Aber in der Nacht weiß ich nicht wie Ich hab eh Kranz gerade an, oder? Du kannst so durchfahren Es war ein bisschen heftig So 4,4 hab' ich noch Ja Meiner quält sich da grad' ein bisschen bergauf Meiner quält sich hier auch gerade Also grad' 4 auf Hauptstraße zu kommen Ich hab' noch 4,5 Kilometer 4,2 Ich wünsche mir die 300 entfährt von dir Ja Also muss auch irgendwann hin Weil so ein paar tausend Mitfahrer bei dir Ich bin ja allein und bin langsamer Achso, ja, aber gleich paar tausend schauen das Video nicht Leider von den Abonnenten mehr Ja, das geht grad' ziemlich steil Ich hoff das nächste Monat gewiss, wie das letzte Aber dann habe ich schon die 2.000 Sehr cool Dieses Jahr noch 5.000 Rekult Aber schaff ich's sicher nicht Du hast einen riesen Stein gerammt Hohohohoho So 3,3 3,2 hab' ich jetzt 3,2 Ja Ich bin grad bei 4,1 3,1, 3 Ja 2,9 3,9 3,9 Ich glaub' wenn ich da ankomm' bist du grad' fertig Den Verkaufen Den Verkaufen Ja Kann ich dir gleich helfen Mal gucken was wir uns holen Und dann schauen wir mal was wir jetzt gewählt kriegen Ja Weil ich hoff das wir ein bisschen mehr bekommen Als was Äh Da steht Weil wenn Man muss die Abends mal die Schraube hochdrehen Ja nein, dann mach ich Entweder sie lassen Sie erklären mal warum es nicht teuer Warum es nicht mehr geben Oder ich mach das Weil Elfenbein zahlt sich dann einfach nicht aus Da fahr's dann einfach 3 Viertel Stunde Zirka dann hab' ich sogar fast länger Graben Bist du wieder Offroad gefahren? Ich bin hier ein bisschen Uh, da ist Wasser Ich bin grad am Meer nämlich Ja quasi am Meer Ich sollte nicht zu weit ins Wasser reinfahren oder? Ich will eben nur ein bisschen runter waschen Ähm Man muss ja auch wissen Das ist ja hier in Griechenland Und da grüßt halt sowas wie ein Kerchhaus Und sowas halt nicht Nein Das ist ja zu arm für Was ist gemeint zu Griechen? Riecht da nicht was gegen Griechen hätte? Aber Ja Ja Jetzt ehrlich das Bin ich schon arm dran Ich hoffe man kriegt mehr Geld Weil sonst hasse ich das jetzt schon Und dann sind wir jetzt eine dreiviertel Stunde Wir haben jetzt rechnen es circa Minute rumgefahren Für Weiß nicht sonst Man braucht circa 20 Minuten für die Nein 25-30 Minuten Zirka für eine Zement-Tour Ja Mit einem Einladen und so weiter Und da haben wir jetzt braucht Mit einem Einladen Verkauf Mit einem Verkauf und so weiter Schätze ich einmal Dreiviertel Stunde Dreiviertel Stunde Stunde fast Weil um gute 20 Minuten länger auf jeden Fall Und da fährst du schon eine Eine halbe Zement-Tour Zumindest noch einmal Ja 700 Ich bin noch 1 Kilometer Warte wird auf einmal hell Das ist auf einmal hell worden Ich werde hinten hinfahren Was? Ich werde hinten hinfahren Scheiße da ist das ein Licht Ah das ist der Leuchtturm Der Held immer das Land Wie geil ist das? Ich war da hier oben noch nie Ich habe mich jetzt verschrocken Da habe ich das Licht Ich habe mich verschrocken Ich habe mich verschrocken Das heißt Wir kriegen das durch So ich bin da Was sieht schon mal übel genial aus Nur eine richtige Flash davon Weil wie hell das da durch ist Ja Der Martin Kemp Nein das ist die Lieber Mission scheiße Das wollte ich jetzt gar nicht die Lieber Wurscht ich bin schon wieder und wo steht der Typ? Oh super da bin ich verstehe ich wieder ewig weit entfernt aber ich bin nicht überfahren es sind wirklich nur 5.800 das ist lächerlich für die Distanz ist es wirklich lächerlich muss man mit den Admins reden ich hab mir mehr auch oft davon ja ich hätte gerechnet mit zumindest 10 oder sowas vielleicht kannst du ja daran was drehen ja aber Hauptsache du hast mal kannst du die Patienten vor diesem Server zeigen was du alles machen kannst man kriegt zwar ein bisschen mehr halt sozusagen als Inventar herein also sozusagen in den Tempest hinein als beim beim Zement aber ich glaube nicht dass so viel wir werden es eh gleich sehen weil wir haben vorher gehabt 1,1 Millionen das weiß ich noch bin gespannt was wir jetzt rausbekommen wenn wir alles verkauft haben für das dass es illegal ist wahrscheinlich lächerlich Prozent hätten wir lieber noch mal irgendwie Orangen fahren sollen das wird das wir oder oder Waffen oder Frau Waffen Schickröten-Suppe Schickröten-Suppe wer auszahlt hat sich das jetzt weil ich jetzt die Kopp dahinten kommt jetzt einer der Welt wird es schon wieder das Licht von Leuchtturm hat schon Nervenkitzel halt so 17 habe ich noch mal ich muss noch einmal in den für vier Stück das Mauer was essen und trinken so und die vier Stück lang man nur ein so wie viel Geld hast du aber ich habe jetzt 800.000 ich habe 892.000 1,6 Millionen 1,7 circa ja halt circa um 600.000 mehr für es zahlt sich oh ja es ist circa preishermäßig korrekt aber es ist halt für illegales nicht korrekt finde ich ich hätte jetzt schon glaubt dass wir ein bisschen mehr rauskriegen ja aber egal liebe Zuseher das war's mit der Tour beim Elfentein illegale Sache wieder gut absolviert und wir sehen uns dann beim neuen Bad wieder wenn es weiter geht bei Altes Live bis dann tschau Leute